Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist ein Schwerpunkt. Helm auf. Ja, aber die Automatik muss da sein, da ist es sehr schlecht. Ja, nur warum fährt aber manchmal den Blitz trotzdem auf? Ja, weil es halt automatisch ist. Halt das gut fest. Und wenn wir mit dem Schwachstil reichen. Das ist okay. Das ist ein Fremdrucksil. Ja, das ist ein Fremdrucksil. 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 Wir haben einen Fremdrucksil. Freigeräumten Wegen, langgefeuert, höhendflügig. In der 90 Grad Linkskurve war ich ein Fülle zu schnell und wir haben das Geschrovene mit dem Schwachstil gekauft. Ja, wenn ihr filmt, sie filmt. Ja, ich finde, das ist ein Fremdrucksil. Ja, ich finde, das ist ein Fremdrucksil. Es geht los. Also, da sind zwei Videokameras. Da will ich Fotos machen. Ja, bitte. Und von der Maschine gibt es wirklich nur zwei, und heute kann sie noch gut sehen. Ja, wenn ich tüsse, war schön mit dir. jetzt wird es schön noch. Okay, das ist ein Fremdrucksil. Alter! Da ist nicht schön. Es dreist dir gleich kaputt. Ja, warum der sich jetzt so hochdreht, weiß ich jetzt auch. Ja, warum der sich jetzt so hochdreht, weiß ich jetzt so hochdreht. Ja, warum der sich jetzt so hochdreht, weiß ich jetzt so hochdreht. Ja, warum der sich jetzt so hochdreht, weiß ich jetzt so hochdreht. Okay. 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 Maybe. Let's go there to squeeze, na go. Okay. Alright. Alright. Untertitelung des ZDF für funk, 2017